Hallo und Willkommen bei Superbob Super Shop. Ich bin Superbob und das ist meine Partnerin Kate. Hi! Auch heute haben wir wieder ein außergewöhnliches Produkt für Sie. Die Feiertage liegen hinter uns und natürlich haben wir uns wieder ordentlich den Bauch vollgeschlagen. Da ist es nur verständlich, dass die natürliche Balance des Körpers ein wenig ins Wanken gerät. Nun ist es Zeit für eine Entschlackungskur auf biologischer Basis. Und zwar mit Hilfe dieses Produkts, der Entschlackungszwiebel. Öffnen Sie einfach die Zwiebel und die Geister im Inneren werden über ihre Nase und Augen ihren Körper von allen Giftstoffen befreien. Die Zwiebeln werden in spezieller, mit dem magischen Salzen angereicherte Erde gezüchtet, um dieses einzigartige Ergebnis zu erzielen. Viele Kunden haben bereits erfolgreich eine Entschlackungskur mit der Zwiebel durchgeführt. Richard aus Montana sagt beispielsweise, dass er sich selten so befreit geführt hat, wie nach dem Gebrauch der Zwiebel. Und Susi aus Kentucky schreibt uns, dass sie die Giftstoffe extrahieren konnte und nur noch für eine passende Verwendung dafür sucht. Da können wir ihr nur viel Erfolg beiwünschen. Das stimmt und stellen Sie keinen Unfug damit an. Bis zum nächsten Mal.